Wie sieht's denn sonst aus in der Stadt? Ja, das ist vielleicht auch einfach, weil hier keine andere Stadt in der Umgebung ist. Die Nachfrage ist halt da und okay. Tja, aber das ist doch gut. Das ist doch prima. Muss ja nicht immer alles voll sein hier. Jetzt wird's vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Mary's Livestock. Operating normally. Aber wirklich diese Menschen, die von A nach B wollen. Warum es nicht Nacht wird? Weil ich das ausgestellt hab. Tatsächlich. Es wurde mir einfach zu dunkel. Da hatte ich Angst und dann hab ich das ausgestellt. Nein, eigentlich hab ich nichts mehr gesehen und konnte nichts mehr richtig machen irgendwie. Genau, der Nägel muss bald ins Bett. Hier wird übrigens munter gebaut. Das ist schön. Wie sieht es bei euch mit dem Müll aus? Ach, guck mal. Ihr seid wieder... Ihr seid wieder im Game. Ihr habt jetzt aber trotzdem hier keine Leute mehr. Hm. Hm. Da, da, da. Lala. Hier, Schwule. 727. Das ist gut. Die falsche Spezialität bei der Industrie. Ja, ich überleg, ob ich nicht noch Industrie weiter hier direkt an die Autobahn irgendwo hin baue. Denn... Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, dann ist die nämlich nicht hier mitten in der Stadt. Warte mal, ich speichere das einmal kurz. Ich hab übrigens ganz tolle Namen, wie ihr seht, für meine Speicherstände. Ich nenn das jetzt mal Stream, tatsächlich. Ein existierender Name. So. Also, eine Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Nacht wieder eingeschaltet wird? Ich bin ja kein Mies-Krämerchen hier. Wenn ihr es wollt, dann bekommt ihr es auch. Ja, endlich eine neue Abfahrt. Hm. Ihr wollt ja nur, dass... Ihr wollt ja nur, dass ich verehle. Spreisebärle enthält sich. Okay. So, warte mal. Die Frau Blau macht gerade genau das gleiche wie ich. Screamen. Seit wann streame ich? Nee, spielen. Dann spielen wir ja genau das gleiche wie ich. Ja, machen, tue sie was anderes. Es spielen nicht eine Form des Machens, also eine spezifizierte Tätigkeit. Was ihr alles tweetet, wenn ich nicht gucke. Nacht ist doof, Nacht ist super. Ja, ich will. Okay, wir haben zweimal für, zweimal dagegen. Hm. Komm. Ich stelle sie ein. Und wenn sie uns allen auf die Nerven geht, dann stelle ich sie wieder aus. Ich kann aber nicht versprechen, dass ihr da noch alles seht hier. So. Use day, night, circle in. Resume game. Weiter geht's. Total dürfte die Abstimmung. Okay. Ja gut. Hier passiert jetzt so ein bisschen was. Das ist in Ordnung, glaube ich. Ich bekomme ordentlich Kohle rein. Also nicht überdimensional viel, aber auch nicht wenig. Das ist schön. Was macht denn das Opera House? Opera House. An Opera House. Visitors last week 38. Tourists last week 16. Abkipp. Ähm. Ja, es ist in Ordnung. Das ist gut. Und jetzt die neue Abfahrt. Demokratie vom Feinsten. Okay. Neue Abfahrt. Ja. Aber wäre es nicht günstiger, wenn ich dafür erstmal hier irgendwas Neues kaufe und dann hier eine falsche Abfahrt hinbaue und nicht in der Stadt hier. Toads with hypnotic abilities the most popular. Pet of the year. My favorite Toad. Okay. Nice. What a great city. I think I'm dreaming a negative. Das hatten wir schon. Garbage, blablabla, Cornfields. Where are all the garbage trucks? Why is no one picking up our trash? Das könnte an der vollen Straße gelegen haben. Die haben ein Haus nach einem Browser genannt. I wish you a good Abfahrt. Ich kann keine falsche Abfahrt bauen. Du weißt nicht, was ich alles kann. Das ist die Fähigkeit, die ich besitze. Ich weiß aber nicht, wohin. Oh Gott. Und ich mache hier hin und her. Äh. Ja, ich will nicht sowas bauen. Ich... Nein. Weg mit dir. Im Zweifelfall bewerbe ich mich dafür mit einem Design Award. Ich finde übrigens, das ist immer noch klasse. Ähm. Eine Abfahrt. Soll es sein. Eine Abfahrt ist doch das hier, oder? Highway Ramp. Ich könnte jetzt das hier nochmal nehmen. Cloverleaf Intersection. Achso, das ist ja noch gar nicht mein... Ich fange schon an zu bauen. Ist das schon meins? Warum ist das schon meins? Ich kann keine Abfahrten bauen. Ich muss die noch dafür. Was ist das denn hier? Highway with Sound Barrier. Highway Ramp. Ja, dann, äh... Aber im Moment will ja keiner was. Ich drücke mich um die... Ich drücke mich um die Abfahrt. Wir gucken erstmal, dass wir hier das wieder ein bisschen reinkriegen, was wir hier rausgekriegt haben. Was ist denn hier eigentlich los? Warum will denn keiner hier hin? Keiner will in meine Stadt. Uh, es wird Nacht. Was? Wo wird es denn Nacht? Wird es? So, ich muss erstmal wieder ein bisschen was kaputt machen hier. Das vierte in der Liste ist eine fertige Abfahrt, die du nur noch einbauen musst. Das vierte in der Liste. Das hier. Three-Way Intersection. Äh, kann ich das... Kann ich das nicht... Can I turn it? Nope. Negi muss ins Bett. Der letzte hier, ja. Wenn ich das aber jetzt irgendwo hinpacke... Achtung mal, kann man in der Stadt eigentlich auch einen speziellen Namen geben? Oder ist Westfield schon Blues Wahl? Rechte Maus, hast du rücken? Oh! Woo! Holy moly! Was ist denn hier los? Warum weiß ich sowas nicht? Warum kenne ich sowas nicht? Warum will er es nicht tun? Tu es! Bitch! Das muss ich doch theoretisch hier irgendwo hinpflanschen können, oder nicht? Gleich Party hier. Geht das vielleicht nicht, weil hier das große Ding schon ist? Life is a highway. Aber nicht in meiner Stadt offensichtlich. Boah, das ist ja mega verwirrend. Wer denkt sich denn sowas aus? Du musst den Kram da im Weg abreißen. Aber ich will nicht. Dann ist meine ganze Zufahrt doch weg. Das bringt ja hier an der Stelle sowieso nichts, oder? Dann habe ich ja wieder hier hinten nichts. Ich bin so doof dafür. Okay, wartet mal. Ich mache mal eben auf Pause. Okay. Ich hätte das ja gerne hier irgendwo. Weiter links. Weiter links? So, weiter links. Wenn ich das jetzt hier hin mache... Meine Infrastruktur ist ein Highway to Hell. Das ist gut. Das stimmt. So, okay. Ich soll das hier wegreißen, ne? Ich reiße das weg. Ganz rigoros. So. Reicht das schon? Nein. Das ist, wenn man Frauen an Straßensachen lässt. Das ist... Das endet niemals gut. Warum? Okay, es hat immer noch nicht gereicht, oder? Nein. Reiß sie in Stücke. Ah, weg mit dir ja. Zack. Ja, ja. Da war doch gerade was blau. Ernsthaft? Was geht denn jetzt hier nicht? Muss ich jetzt das hier auch noch wegmachen? Ich lande gleich im Fluss, wenn ich so weitermache hier. So. Slope to steep. Komm, alles weg hier. Weg mit dir, bis es passt. Ah. So, okay. Das haben wir schon mal. Was ist denn das jetzt hier für eine Straße eigentlich? Was ist das für eine Straßenform? Das hier? Ja. Das sieht doch so aus. So, dann ist das jetzt auch wieder verbunden. Huch. Das ist der Wahnsinn. Ich finde, das ist sehr gelungen hier. Was ist denn da passiert? Man weiß es nicht. So. So. Äh. Was? Ne, das war's nicht. Das war's. So. Ist das jetzt wieder schön hier? Das sieht doch nicht aus. Das ist doch nicht richtig. Wartet mal. Moment. Das geht nach da. Da muss das nach da gehen. Und warum ist die Strecke da jetzt andersrum? Oh, call me genius, sag ich da nur. Call me genius. Was? So. Hallo, Ynezra. Die unten von links nach rechts. So. Ich guck jetzt mal. Das müsste doch jetzt eigentlich... Das ist... Das ist falsch. Was ist denn... Oh. 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 Ich wusste, warum ich es... nicht bauen wollte. So. Okay. Jetzt aber. Ne, ist noch da. Oh. Is it... Is it... Is it correct? Der Städtebrauchpreis geht eindeutig an mich. Wuhu! Wobei es ist eher ein Slow Clap. So. Du kannst die Fahrtrichtung auch über das Blaue ändern. Oh. Aha. Ich bin nicht am Ende mit meinem Latein. Ich habe immer noch Latein in der Tasche. Das ich nie gelernt habe. Das war ja mal aufregend. So. Und jetzt machen wir doch mal direkt hier so eine Straße, oder? Oder ist sie zu groß, um das hier dran zu pappen? Ich gucke einfach mal. Das sieht doch schon mal nicht so verkehrt aus. Hoffe ich. Oh. Ich bin echt gleich im Wasser. So sollte es nicht sein. Guck mal. Da habe ich schon eine Brücke gebaut hier. Brücke am Quai. So. Und wenn ich das jetzt hier noch eine Auffahrt hin... So. Oh. Oh. Ich weiß auch nicht, was ich vorhabe. Ihr wolltet, dass ich eine Autobahn baue. Eine Autobahnabfahrt baue. Das habe ich getan. Und jetzt versuche ich hier, Straße dran zu knüpfen. Was daraus wird, weiß ich nicht. Das weiß keiner. Das weiß wirklich keiner. Ich lasse es erst mal so. Wir kommen jetzt zur Stadt, ja. Gar nicht. Ich habe es in die falsche Richtung gebaut, oder? Ach, niemand ist hier arm. Wenn, dann ist sie es einfach selber schuld. Aufgrund dieser extraordinären Dummheit, die sie an den Tag legt. Aber das ist ja alles nicht so schlimm hier. Wir bauen einfach noch ein paar Straßen. Du wolltest da unten eine aus Rüebeuern. Und ein Waldindustrie. Stimmt. Das war es doch. Alles klar. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Müssen wir mal hier so eine Straße irgendwie anschließen. Das ist doch Blödsinn, was ich hier tue, oder? Das ist absoluter Blödsinn. Aber Kurven kann man auch mit den beiden Symbolen zwischen dem... Ja, das weiß ich mit den Kurven. Bei dem aktuellen Baustier empfehle ich dir, Einbahnstraßen zu benutzen. Ich hole einfach mal verkehrsdurchtige Straßen insgesamt. So, wir machen jetzt mal hier so eine große Biege. So, das ist doch schön alles. Ein umzäuntes Gebiet. Ich finde es gut, dass ich ja wenigstens schon mal vorgewarnt habe, dass ich einfach nichts kann. Das heißt, ich kann ja gar nicht so viel verkehrt machen. Guck mal. Oh, wir haben eine Bogenstraße.